Hi Freunde, Mottenmann hier. In diesem Video zeige ich dir, wie du den Talisman Klinge der Gnade finden kannst. Dieser Talisman ist sehr, sehr gut, denn er erhöht die Angriffskraft nach jedem kritischen Treffer. Gerade in vielen Builds, wo ihr blockt und dann Gegner staggert, diese von hinten dann quasi kritisch trefft und angreift, kann man diesen Build oder diesen Talisman sehr, sehr gut benutzen, denn wie gesagt, er erhöht nach jedem kritischen Treffer die Angriffskraft oder den Angriffsschaden und ja, ist einfach Must-Have, wenn man Builds mit Blocken spielt. Ja, wo genau das Ganze zu finden ist, erfahrt ihr in diesem Video. Wenn es euch gefällt, gebt einen Daumen nach oben, habt ihr noch Fragen oder Anregungen, schreibt sie gerne in die Kommentare und lasst gerne ein Abo und ein Follower auf YouTube da, vielen, vielen Dank. Wenn ihr Leute zum Spielen sucht, kommt gerne auf unseren Discord. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Video. Der Talisman ist in der Grabfeldebene zu finden. Die Grabfeldebene ist das Gebiet, wo wir am DLC oder im DLC anfangen, nämlich hier unten. Und wir sind hier bei den versenkten Ruinen, so heißt auch die Gnade, die hier zu finden ist. Das Ganze ist diese Kirche oder dieses kirchenartige Gebäude, was ihr am Anfang seht, das ein bisschen kaputt ist. Um jetzt zum Talisman zu kommen, starten wir einfach hier an der Gnade und laufen einmal hier unten durch, durch diesen Tunnel und begeben uns jetzt hier auf das erste Gebäude auf der rechten Seite. Da können wir ganz einfach hinten rumlaufen und dann einmal hier hochspringen. Jetzt vorsichtig nicht runterfallen. Im besten Fall tötet ihr hier kurz den Hund, bevor er euch die ganze Zeit runterwirft. Passt auf, dass ihr dabei nicht runterfallt und geht hier oben auf jeden Fall wieder auf euer Pferd, denn wir müssen mit unserem Pferd einen kleinen Double Jump da rüber machen. So, ich gehe jetzt einmal kurz hier rüber, kurz konzentrieren, ein bisschen Anlauf und per Double Jump hier einmal rüber springen. Jetzt können wir auf der rechten Seite durch die Kirche hochlaufen, einfach rechts halten. Auf der linken Seite etc. findet ihr auch immer wieder Items, also haltet gerne die Augen offen. Uns geht es hier aber primär um wirklich den Talisman. Den finden wir, indem wir hier einmal hinüberlaufen und dann, wer hätte es gedacht, hier oben finden wir eine kleine Tür. Diese können wir ganz einfach öffnen und dahinter befindet sich eine Truhe. Und in dieser Truhe selbst finden wir dann den versprochenen Talisman. So, was kann dieser Talisman? Der Talisman an sich ist ziemlich cool, ist die Klinge der Gnade. Und dieser Talisman hat den Effekt, dass wir unseren Angriffsschaden nach jedem kritischen Treffer erhöhen. Heißt, wenn wir zum Beispiel den Gegner blocken oder staggern, ihn dann mit einem kritischen Schlagtreffer kriegen wir mehr Angriffsschaden auf den nächsten Hit. Ist ein ziemlich cooler Talisman, in vielen Builds sehr, sehr gut spielbar und sowas in der Art gibt es im Spiel aktuell noch nicht. Aus anderen Souls-like-Games kennt man das Ganze schon, hier allerdings noch nicht. Und deshalb von mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Holt euch das Ding auf jeden Fall, ist auf jeden Fall im Collection-Log was wert und kann man auch so ziemlich gut benutzen. Ja, das war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Habt ihr noch Fragen oder Anregungen, schreibt sie gerne in die Kommentare und lasst gerne ein Abo auf YouTube da und ein Follow auf Twitch. Ich werde auch in nächster Zeit Livestream und kommt auch gerne auf den Discord, den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, Freunde, euer Mottenmann. Ciao!